Hallo Leute und was geht ab? Heute mal mit einem neuen Video und zwar heute was ganz anderes. Heute geht es um eine Theorie in Fortnite, die ich sehr interessant finde. Was würdet ihr davon halten, wenn in Fortnite eine Wüstenmap kommt? Denn das ist momentan ein großes Thema, vor allem in der YouTube Community und es wurde auch was im Ordner gefunden und dazu erzähle ich euch jetzt was. Let's go Leute! Ein Event bei Rettet die Welt gab es ja schon mal mit einer speziellen Wüstenmap und deswegen denken manche User, dass diesem Wüstenmap auch in Battle Royale eintreten wird. Denn es gab ja schon vorher viele Waffen und andere Dinge, die in Rettet die Welt getestet wurden und dann in Battle Royale kam. Deswegen denken viele User, dass die Map kommt und ich finde diesen Fakt sehr interessant, beziehungsweise diese Theorie. Jetzt ist halt nur die Frage, ob sich Fortnite wirklich so viel Mühe gegeben hat, um dieses Event nur in die Rettet die Welt zu packen und das nur für eine begänzte Zeit. Weil ich finde, da wurden echt viele Elemente hinzugefügt und es sieht auch sehr, sehr, sehr krass aus, muss ich auch dazu sagen. Und für ein Event so viel Arbeit reinzustecken, ich weiß ja nicht, ob das ja so logisch ist. Also ich denke, dass diese Map entweder in der Lobby erscheinen wird von Fortnite, Battle Royale oder halt als eine eigene Map in Season 4 kommt. Das würde ich sehr interessant und cool finden. Ich denke, mit der Theorie hat der Dinosaurier-Skin in Fortnite auch was zu tun. Denn wie jeder, denke ich mal, weiß, haben Dinosaurier auch in der Wüste gelebt. Und außerdem wurde auch am 13. September 2016 eine riesige Dinosaurier-Spur in der Wüste Kobi entdeckt, was auch dann nochmal beweist, dass Dinosaurier damals wirklich in der Wüste gelebt haben. Und ich denke, dass dieser Skin auch was mit dieser Theorie zu tun hat. Leute, wer jetzt noch denkt, dass ich lüge, liegt leider falsch. Denn hier auf diesem Bild, wie man erkennen kann, sieht man einen Forscher von vielen anderen, der diese Spur gefunden hat. Der sich mal daneben gelegt hat, um zu gucken, wie riesig diese Spur wirklich ist als Vergleich. Und ich finde diese Spur ist richtig, richtig riesig. Außerdem wurde diese Spur am 13. September 2016 gefunden, was auch jetzt schon gute eineinhalb Jahre her ist. So, Leute, was denkt ihr über diese Theorie? Ich denke mal, dass ich hoffentlich recht habe mit der Theorie, weil ich das ganz cool finden würde, wenn das kommen würde. Und außerdem würde ich mich noch darüber sehr interessieren, was ihr davon denkt, ob das wirklich kommen kann in Battle Royale. Lasst mich über die Kommentare wissen, Leute. Und lasst bitte eine positive Werte da und ein Abo. Ich bin jetzt weg, Leute. Haut rein und ciao.